Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir drei ganz schwierige Explosivitätsübungen, die es in sich haben, aber die dementsprechend auch viel nützen, wenn du sie durchziehst. Du willst deinen Antritt verbessern, deine Explosivität auf die ersten paar Meter, dann werden dir diese Übungen helfen. Unten in der Videobeschreibung siehst du, wie viele Anzahl der Wiederholungen du machen solltest und wie viele Sätze. Let's go! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Solche Übungen sind nicht ganz einfach, aber sie helfen dir enorm. Vor allem, wenn du an anderen Tagen auch noch Sprints einbaust. Dann diese Kombination mit den explosiven Kraftübungen und Sprints, die werden dir wirklich helfen, weiterzukommen. Und Schnelligkeit und Athletik ist heute einfach ein limitierender Faktor, der jeder Spieler haben muss und somit auch trainieren muss. Von dem her, bleib dran. Unten in der Videobeschreibung solltest du auch noch unsere PDFs und gratis Sachen abchecken, die dir auch helfen, besser zu werden. Wie zum Beispiel eine Checkliste, damit du immer dran bleibst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gas geben. Ciao.